Hallo, schön, falls du zuhörig wieder dabei seid. Wir haben 7 Uhr morgens. Ich habe nichts zu tun, also geht es weiter mit Detroit. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Treslopfhammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Dann mal los. Scheiße. Puh. Ich gehe jetzt schon schnell abatmen. Es wird eher rottig. Wie heißesten Androiden der Stadt? Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh Mann. Wir kommen im Ebenklapp. Hallo. Connor. Was zur Hölle machst du da? Komma, Lieutenant. Ja, ich gehe mal. Ja, ich gehe mal. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal auf, wenn es recht ist. Na los, gehen wir. Aha. Irgendwie riecht sie doch nach allem. Nacht, Lieutenant. Oh, hey, 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 hey. Oh, Connor, das ist ekelhaft. Ich muss gleich nochmal kratzen. Ich muss gleich nochmal kratzen. Ich muss gleich nochmal kratzen. Und werfen sich nun mal kratzen. Alle,穿 limp discussion. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Er hat Druckstellen an seinem Hals Aber das beweist gar nichts Vielleicht steht er hier drauf Wir übersehen irgendetwas Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Vielleicht siehst du, was passiert ist Ich kann's versuchen Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen Ist ihn zu reaktivieren Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute Näher weniger Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können Du warst beschädigt und ich habe dich reaktiviert Alles ist in Ordnung Ist er... Ist er tot? Sag mir, was passiert ist Er fing an Mich zu schlagen Wieder Und wieder Hast du ihn getötet? Nein Nein, ich war das nicht Woran erinnerst du dich noch? Schnell, wir haben keine Zeit mehr Ich, 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 ich Ich weiß nicht, ich Ich weiß nicht, ich weiß es nicht mehr Wer hat den Mann getötet, wenn nicht du? Ich weiß nicht, ich war abgeschaltet Ich... Ich habe nicht... Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben Das wollte er Wir waren zu zweit Dann hat der andere Android ihn erwürgt Ist das richtig? Da war noch ein Android Das ist vor mehr als eine Stunde passiert Der ist längst weg Nein In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen Sie könnte noch hier sein Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen Oh, scheiße Da muss es noch etwas geben Vielleicht ein Augenzeuge Jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid Kannten sie das einfach? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal hier Ich meine, diese Typen reden nicht nur an vier Lissen Sie, sie kommen, haben Spaß und gehen Gab es sich schon alleine miteinander? Nein Gut Einmal Vor zwei bis drei Minuten Gleiches Problem Einfach weg Wir wissen, was passiert ist Ich habe nichts zu tun Oh, das kann man nicht mehr machen Auf keinen Fall Ich meine Deshalb kommen die Leute hier in den Innenklappen Diskretion Niemand weiß, wer hier ein- und ausgeht Ja, natürlich Die Geschäfte laufen gut, schwebt's Ja, kann ich nicht glauben Tja, je mehr ich mehr Menschen weiß, desto mehr mag ich meinen Rundsinn Dieser Clubmanager ist echt eine Nervensegelung Hat mir Ewigkeiten das Ohr abgekaut wegen seiner Lizenz Verzeihung, Lieutenant Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt doch mal, Connor Wir haben Besseres zu tun Bitte, Lieutenant Vertrauen Sie mir Ja, ja Hallo 30 Minuten kosten 25,99 Bitte bestätigen Sie die Kauf Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck Ah, bitte schön Schön, Sie kennenzulernen Folgen Sie mir Ich bringe Sie in Ihr Zimmer Okay, und was jetzt? Na, scheiße, komm Was zur Hölle machst du da? Sie hat etwas gesehen Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum Eine blauhaarige Tracy Die Speicher der Clubandroiden werden alle zwei Stunden gelöscht Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden Was soll ich mit dir jetzt machen? Sagen Sie ihr höflich ab Probieren wir den hier Er sah die blauhaarige Tracy Ich weiß, wo sie hin ist Dann hinterher Hier sind überall Androiden, verdammt Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung Ich muss... Was für Sie... Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Nein, ich habe die Spur verloren. 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 Ah! Warum? Warum hast du sie umgebracht? Sie hatte nichts mit der Sache zu tun. Warum? Als dieser Mann die Tracy tötete, wusste ich, ich bin die Nächste. Ich hatte Angst. Ich flehte ihn an, doch er hörte nicht. Also legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ja, ich habe ihn umgebracht. Aber ich habe mich dabei nur verteidigt. Ich wollte doch nur leben. Ich wollte zurück zu meiner Geliebten. Und die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach. Schweiß. Ihre schmutzigen Wörter. Aber du, du hast sie mir weggenommen. Warum? Ich liebe sie. Ich habe sie geliebt. Ihre Schmutzige Wörter. Mein Gott. Das war's.